Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir, zu einem sehr aufregenden neuen Video von mir. Zumindest für mich ist es sehr aufregend, denn ich habe euch etwas zu sagen und darum geht es in diesem Video. Und deswegen sitze ich hier und ich sage es euch, mein Mikrofon hängt hier und ich weiß nicht, ob ihr dadurch auch meinen Puls hört, weil es ist total aufregend für mich und ich will gar nicht so um den heißen Brei rumreden, wie man so schön sagt, und euch direkt die Bombe platzen lassen und euch daran teilhaben lassen, worum es geht. Es geht um den Sunny, denn der Sunny zieht früher als geplant in unserem Stall ein, also da, wo die Amiro stehen. Und zwar, jetzt kommt es, am 01.01. zum Anfang des nächsten Jahres wird Sunny schon umziehen. Und es ging jetzt alles so wahnsinnig schnell und so, so, ich kann gar nicht, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll zu erzählen, weil das für mich jetzt auch total unvorhergesehen passiert ist. Aber ich möchte euch natürlich erzählen, wie es dazu gekommen ist, warum ich mich letztendlich auch jetzt dafür entschieden habe, es zu machen. Und so weiter und so fort. Das möchte ich euch in dem Video jetzt alles so ein bisschen erklären, dass ihr einfach auch wieder ein bisschen auf Stand seid, sozusagen. Fakt ist, er kommt am 01.01. bzw. der 01.01. ist Montag. Das heißt, ich werde vielleicht gucken, dass wir es auf ein Wochenende legen. Also vielleicht wird es auch das Wochenende danach, die erste Januarwoche, auf jeden Fall wird er irgendwann umziehen. Und ich bin total aufgeregt. Ich bin so die letzten Tage und Wochen schon total nervös und hippelig, aber in einem positiven Sinne. Und ich konnte euch das die ganze Zeit noch nicht sagen, weil ich einfach warten wollte, bis alle Formalitäten wirklich so schlussends oder vollends abgeklärt waren. Sagt man das so? Ich bin ein bisschen aufgeregt, habe so Wortfindungsstörungen. Und aus dem Grund habe ich da noch ein bisschen mit gewartet, bis ich die Bombe wirklich platzen lasse, weil ich einfach sicher sein wollte, dass alles seinen geregelten Gang geht und dass ich dann nicht irgendwie nach zwei Tagen wieder zurückrudere. Also es ist jetzt alles unter Dach und Fach. Alle Verträge sind unterschrieben, alles andere ist gekündigt und so weiter. Somit ist es jetzt offiziell, dass ich zum 1.1. zwei Pferde im Stall stehen habe. Also ich habe ja schon die ganze Zeit zwei Pferde, aber dass die dann auch wirklich vor Ort im gleichen Stall stehen. Genau. Das erstmal zu der Überraschung, die auch für mich eine Überraschung war. Und jetzt erzähle ich euch ein bisschen was dazu, wieso es so gekommen ist oder warum und weshalb, wieso ich mich so entschieden habe. Also es ist so, dass vor zwei Wochen, glaube ich, ist es jetzt her oder ist es schon drei Wochen her? Ich weiß es nicht. So lange ist es noch nicht her. Ich glaube, es ist zwei Wochen her, dass mich unsere Stallbesitzerin im Stall angesprochen hat und gesagt hat, hier, ich kann dir zum 1.1. eine Box anbieten. Es wird eine frei, ungeplant. Also weiß man als Stallbesitzer ja nie, wann einer vielleicht geht oder, ne? Aber sie sagte dann, es wird eine frei und da man ja, wenn man ein Pferd am Stall hat, sozusagen den Vortritt hat, wenn man dann ein zweites zum Stall dazuholen möchte, hat sie mich dann halt gleich gefragt, obwohl sie ja wusste, ich möchte ihn eigentlich ganz gerne erst im Frühjahr holen, hat sie dann trotzdem mich gefragt, ob ich ihn denn schon bringen möchte, ob ich ihn schon dazuholen möchte und ich war erst mal so, keine Ahnung, ja, nein, vielleicht, keine Ahnung und sie war dann aber total verständnisvoll und hat natürlich auch gesagt, hier, ich gebe dir nochmal ein paar Tage Bedenkzeit, sag mir einfach Bescheid, wie du dich entschieden hast, ansonsten vergebe ich die Box anderweitig. Sie hat mir aber auch gleich ehrlich gesagt, dass sie nicht weiß oder mir halt nicht garantieren kann, dass dann zum Frühjahr hin, wenn ich eine Box haben wollen würde, auch eine frei wird. Wenn ich Glück habe, ja, wenn ich Pech habe, warte ich aber vielleicht doch noch ein ganzes Jahr, ein halbes Jahr, ein ganzes Jahr, was auch immer, da steckt man halt einfach nicht drin. Wieder so, ja, der Verlauf ist, sag ich mal, das kennt ihr wahrscheinlich alle als Pferdebesitzer, wenn man irgendwo auch im Stall auf einer Warteliste steht, man steckt da einfach nicht drin. Und dann habe ich hier zu Hause ein bisschen Rücksprache gehalten, habe mir ein bisschen Gedanken darüber gemacht, weil ja jetzt alles dann auch total überrumpelt irgendwie kam und es ja alles ein bisschen anders geplant war, habe mich aber letzten Endes dann dafür entschieden, weil ich einfach nicht möchte, dass er noch ein komplettes Jahr weg bleibt. Das hat nichts damit zu tun, dass es ihm dort nicht gut geht, im Gegenteil, dem geht es da mehr als gut. Es hat aber auch ein bisschen Kostengründe, weil es für mich halt schon auch immer ein sehr, sehr weiter Weg ist, dorthin zu fahren und ich möchte mit ihm ja jetzt einfach ein bisschen regelmäßiger anfangen, was zu arbeiten. So war ja der Plan schon von Anfang an, da jetzt so ein bisschen einzusteigen und das kann ich einfach besser, wenn er vor Ort ist. Und ich kann es einfach zeitlich nicht oder auch finanziell auf Dauer wird das halt natürlich auch noch ein Thema, da mehrmals die Woche zu ihm zu fahren. Das funktioniert einfach nicht und deswegen habe ich entschieden, ich hole ihn dann jetzt schon frühzeitig, dann haben wir den Winter halt jetzt schon hier bei uns und können den hier nutzen und hier ja genauso arbeiten wie dort, bloß halt, dass es vielleicht ein bisschen regelmäßiger ist schon und ich halt diesen Weg nicht immer auf mich nehmen muss. Das war dann halt so, dass ich gesagt habe, ja, wir machen das und auf die im Endeffekt drei, vier Monate kommt es jetzt auch nicht mehr an und ich hätte ja auch dort mit ihm jetzt über den Winter ein bisschen gearbeitet, aber wie gesagt, hätte ich da nur die Chance einmal die Woche, weil mehr ging einfach nicht, zeitlich und finanziell auf Dauer auch. Genau und deswegen war das dann schon mal geklärt. Ich musste dann aber ja noch klären, weil er ist ja noch Hengst und da ich keinen Hengst zu uns auf die Anlage stellen kann und nicht möchte, er soll ja sowieso über kurz oder lang zu Wallach werden, wäre ja dann sowieso zu dem Zeitpunkt so gekommen, wenn ich ihn dann im Frühjahr holen wollen würde. Also wir hatten ja geplant, die Kastration so für Januar, Februar, dass das dann einfach schon abgeschlossen ist, dass wenn ich die Info bekomme, es wird eine Box frei, dass wir ihn auch sofort quasi holen können und da nicht noch irgendwie die Ausheilung und das dauert ja dann auch immer alles ein bisschen und die Hormonumstellung und ja, dann musste ich das natürlich auch alles noch in die Wege leiten und gucken, ob ich so schnell überhaupt einen Termin bekomme und so weiter und so fort. Wir haben einen Termin bekommen, alles weitere zur Kastration ist wieder was völlig, also das macht nochmal einen Fass auf, deswegen würde ich das nochmal in einem separaten Video thematisieren. Fakt ist, er wird jetzt vorher natürlich noch kastriert und kommt dann als Wallach zum neuen Stall. Aber wie gesagt, zum Thema Kastration gibt es dann nochmal ein gesondertes Video. Alles sehr aufregend für mich gerade, das passiert auch alles gerade im Hintergrund und ist mega, ja, aufregend einfach. Mir fehlen die Worte. Ihr hört es vielleicht oder ihr merkt es. Demnach musste ich mich jetzt die letzten Wochen auch da um einiges kümmern, aber es ist jetzt alles unter Dach und Fach und am Laufen und es wird jetzt echt langsam ernst und langsam spannend. Auch hier dann wieder auf Social Media, auf meinen Social Media Kanälen, denn wenn Sunny bei uns ist, dann kann ich euch da auch viel intensiver mitnehmen und euch zeigen, was wir uns erarbeiten, wie wir uns zusammenfinden, wie er im neuen Stall ankommt, wie er die neue Herde annehmen wird, wie Diamiro und er sich kennenlernen werden, ja, wie unser gemeinsamer Weg einfach wird und das ist so ein aufregendes neues Kapitel für mich und das beginnt jetzt schon viel früher als geplant und ich bin super, super gespannt und freue mich sehr auf diese Zeit und freue mich dann auch, dass er einfach bei uns ist, nicht mehr so weit weg ist und ich jederzeit, jeden Tag ihn sehen kann und das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass er jeden Tag gestriezt und gearbeitet wird. Ich will da mich ganz langsam ranarbeiten und lieber in kleinen Schritten und mir dafür mehr Zeit lassen und ja, das ist die große, große Neuigkeit, die ich euch zu verkünden hatte und viele haben jetzt vielleicht gedacht, ich verrate hier das Secret Project, was auch im Hintergrund läuft, da müsst ihr euch noch bis Dezember gedulden, das wird dann auch noch veröffentlicht, aber das war jetzt erstmal die eine große spontane Neuigkeit und jetzt ist es raus, ihr wisst Bescheid, also hier geht es jetzt bald rund und ich werde euch natürlich auf unserem Weg wieder mitnehmen und euch alles zeigen, auch unseren Umzug zeigen und jetzt drücken wir erstmal die Daumen, dass auch bei der Kastration alles glatt geht und somit habe ich eigentlich jetzt auch schon verraten, sie ist zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video hier drehe, noch nicht vollendet worden, aber ja, das ist jetzt so der nächste Teil, wo ich einfach noch hoffe, dass alles gut geht, also drückt uns gerne mal auch ein bisschen mit die Daumen, dass da alles nach Plan verläuft, genau und dann habe ich bald keinen Hengst mehr, sondern einen Wallach und ich freue mich einfach, ich habe es jetzt schon so oft gesagt, aber ich freue mich einfach, genau, ich glaube aber, dass ich das dabei belasse für dieses Video, ich denke, das sind erstmal genug Infos für den Anfang, was so die Beweggründe waren und warum ich mich so entschieden hatte und deswegen würde ich sagen, wir sehen uns einfach im nächsten Video und demnächst steht dann, glaube ich, auch noch eine große Shopping-Tour an für den Sunny, denn wenn er zu uns kommt, braucht er die ein oder andere Sache dann ja vielleicht auch oder wir brauchen die ein oder andere Sache noch für ihn, die wir jetzt die ganze Zeit so nicht gebraucht haben, deswegen ja, bald geht es dann da auch nochmal los und wir kaufen zusammen für den Sunny was ein und ja, jetzt für das Video war es das erstmal, ich verabschiede mich für das heutige Video, hoffe, ihr hattet Spaß beim Zugucken und seid jetzt genauso aufgeregt wie ich und wir hören uns im nächsten Video. Bis dann, ihr Lieben!